ja und willkommen zurück das ist ein paar sieben fünf und sechsen Gott leute man kann ja auch gar nichts machen und der schief oder schief aber keine Mündel Kacke ich weiß doch nicht wohin Alter Remax wir müssen durch die Kiste da links da müssen wir durchlaufen durchlaufen Hammer Mann ja baller doch am besten wieder mach doch wieder Jack the Ripper mal Hallo kannst du ruhig aufgehen ich will ja gucken Waffen brauchen wir eigentlich gar nicht ja auf komm äh 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 ach Leute was gibt's da nicht kann doch nie so schwer sein da durchzukommen ich bin nur zu nervös oder zu äh zu unruhig gerade wahrscheinlich eher gerade zu unruhig ich brauch mehr Geduld um mhm ich kann doch nicht drüber oder ey kommt da kann ich doch nicht drüber oder mhm oh Gott ja das sieht gut aus das sieht hier schon mal ganz ja 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 ich hab auch schon ja ich denke mal wir Wir müssen da lang Speichern, ganz klar Das ist ein Speichergrund Hübs 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 Denn da rüber Bros, oder? Bevor ich hier runterspringe, oder? Hübs Warum sollten die sowas verminen? Also Ich will Ja, den Grund nur Kapieren Hüpf! Was ich meine Hüpf-Sprünge anscheinend ansagen muss, damit Ich korrekt springen kann So Wir haben 100 Rüstungen Trotz allem überleben wir Hüpf! Was ist das? Ich denke, das muss kaputt sein Denn ansonsten würde nämlich hier Beep, Beep! Aaaaaaahhhhhh 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 Ich weiß schon, Knapp viel drücken Ne, du kannst wieder hoch Dankeschön Das ist aber nett Aaaaaaahhhhhh Oh, Alter, ich bin aber auch Weiße Laserfordern fresse und ich schnell wieder nicht Aaaaaahhh 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 Aaaaaahhhhhh Könnte auch da lang laufen, aber ich wüsste nicht Nein, da laufe ich nicht lang Oh, wir speichern hier gleich ab Ich speichere wirklich gleich ab, weil Nicht, dass mir nochmal so eine Scheiße hier passiert Hüpf! Und hier speichern wir jetzt nochmal ab Gibt bestimmt ein Quick-Safe Gibt bestimmt ein Quick-Safe Wenn ich jetzt aber nicht weiß Oh, Gänsehaut kriege ich da sogar Ja, da muss ich echt den demnächstem Zeitpunkt erwischt haben, um überhaupt zu springen Aber dennoch weiß ich nicht Wie wir da hochkommen wollen, aber ich glaube, ja gut Wir probieren's einfach mal Mehr als probieren können wir hier nicht Ich würd sagen, wir müssen hier rauf Denn hier wieder Das ist doch die Superwaffe, ey Ich will die Superwaffe da haben Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine Die kriegt man da Und genau, die möchte ich haben Komme, was wolle Die ist da auch Aber wie komm ich denn da hoch? Von da vielleicht? Das sind alles Sprengen, Monis Dinger, Fässer Das ist eh zu Ähm, auch wenn wir jetzt hier unten langlaufen würden Würden wir nichts gebacken kriegen Der Gabelstapler Ich speichere erstmal ab Bevor hier wieder Weltuntergang passiert Hüpf So Das war schon mal nochmal Hm Ich seh schon, wir sind zu doof Ich bin so doof Äh Schaff ich das überhaupt? Pfff Alter Al Du bist doch Bescheuert Springen hier Nicht so doof rum Du Mistvi Ihr könnt alles in die Luft fliegen, Mensch Maja Peter Paul So, jetzt müssen wir mal hier bleiben Hier oben würde ich sagen Und dann springen wir da rüber Und somit haben wir die Waffe Und somit haben wir die Waffe Ja, dann kommen wir hier wieder raus Ach, wir fahren runter Oh, alter 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 Ähm Hat er grad seine Hand In den Arsch Des Monsters geschoben Die Waffe ist geil Hammer Loll Hör Gut Bross Wir haben es geschafft Also wir haben den ekligen Part geschafft Und wer weiß Ja, ok Wohlang, Bro Und dann nicht Können wir den mitnehmen Können wir den mitnehmen hier Dauert zu lange Gut, wir müssen wohl Übel Oder übel War schon cool Querstresse Die vierten Autoschild Das ist mies Das ist echt mies hier drin Oh, die Muni hier ist drin Sehr schön Können wir bestimmt auch gut gebrauchen Ach, du Scheiße Die Waffe ist schon cool, aber ich weiß jetzt nicht wirklich inwiefern die Effekt auch Hammer Hat der Panzer wieder steht Hat sie hier wieder Ich denke, die natürlich nicht treffe, ey Wo hat die ausgeschossen Hammer Hammer, ey Hat sie hier wieder mobil hier mit ihren Ja, was auch immer Ich hab da irgendwas gehört, die fällt mir wieder nicht Lass mich raten Die wartet doch wieder in irgendeiner Ecke Und wollten mir richtig ordentlich in den Arsch treten Natürlich ist die zu Boah, warum bin ich hier Aua Achso, Kaktus Ja, wenn man Minecraft gespielt hat, ne Da ist ne Kamera Die werden mich ja wohl nun gleich sehen Oder auch nicht Das gefällt mir nicht Das gefällt mir nicht Das gefällt mir ganz und gar nicht Das ist... Motherfucker Ja Okay, okay, den kriegen wir nur aus Mit innerer Möglichkeit Ja Ja Oh, warte ich mich wieder selbst Ficke hier, ne Was da mit dem Schrotz rausrennt Ach Leute Okay, na gut Der Sniper war vielleicht ganz eh ganz gut, dass ich jetzt hier Weil... Der ist ja eklig da oben Ist der Hammer So Jetzt auch gleich raus Ja, warte ich... Oh, warte ich die falsche... Falsche Waffen Alter, mein Leben Ey, mein Leben Hört mal auf, macht mal keinen Hampel Muss doch irgendwo noch Leben sein, oder nicht? Boah, ihr wollt mich verarschen, ne? Ja, wollen sie mich echt... Ja, der ist tot Kann man ihn ganz schwach erkennen Hammer Hammer Ja, was jetzt hier natürlich... Warte, warte, warte Achso, das war mein roter Punkt Angst habe hier Ein kleines... Ja, mach Tür auf Oh... Schon mal meine Waffe Mach die Tür auf Uh, uh Oh... Hier ist es, Doc Die Mutterlone Was kann ich sagen? Ich habe einen grossen Tast Das Problem ist... Wie wir merken, haben wir fast alles Aber das bringt uns... oder? Bringt uns die... Oh, alter... Dass wir hier ausgerüstet werden... Oh... Das gefällt mir irgendwie Und einige Seiten auch wiederum nicht Wie cool ist das? Reload, Dr. Freeman Ja, ja, mach ich gerade Oh, 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 scheiße, warte, den zieg dir raus Warte, warte, warte Warte, das ist, das ist nur, das ist ne kleine Wunde Das ging nur in den Kiefer Warte kurz Hm, ich krieg ihn nicht raus Tut mir leid Naja Arbeitsunfall Alter, wir speichern wie ganz, 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 ganz klar ab Das muss sein Jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles bekommen außer Rüstung, wundert mich ein bisschen Oder ich habe sie verpeilt Kann natürlich auch sein Aber hier kriegen wir ja Rüstung Und wenn wir die haben hier, sieht es auch so aus, als wenn wir volle Rüstung haben Ja, haben wir denn auch, geil 100, 100 Mehr geht nicht, Bros Nochmal speichern Ey, irgendwas kommt jetzt Irgendwas muss jetzt kommen Da oben, da oben müssen wir hoch Da oben müssen wir Da kommen wir aber nicht hin Hm Hm Irgendwie kommen wir doch da bestimmt hin, oder? Hm Oder nicht Ah, ich Idiot Ich war da oben drauf Ach Ach so, man kann hier rauf, okay Ja, man muss nicht wirklich viel Fail Und nochmal Und nochmal Weil es so schön war Können wir da irgendwas erkennen schonmal? Können wir da irgendwas erkennen schonmal? Hammer Sieht auch hingerichtet aus Ah, ja, okay, gut Können wir jetzt nicht wirklich töten Hammer, weil die Türen Anstrengend sind Ja, mit dem Raketenwerfer in so einen engen Raum Der Gedanke kann auch nur mir wiederkommen Do it Do it Do it Ja, Leute Statt hier die ganze Zeit nur rumzuhängen und rumzusitzen und Computer zu spielen Solltet ihr mir vielleicht Mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken Will ich denn jetzt hier schon wieder War ich hier nicht schon? War das nicht unten der Raum? Nee, warte mal Egal, wird schon richtig sein, wenn ich hier langlaufe Ja Haben sie echt genial gemacht von der Welt her aufgebaut Echt genial Echt cool Cool mit U Hüpf, hüpf, ja Wie ihr seht Was ich hier schon fast durch, als wenn ich's kennen würde Aber nee, nee, keine Sorge, Bros Ich kenn's nicht NEEEIN Was ist denn mit der eigenen Waffen Alter Bros, wisst ihr was? Ich mach hier einen Cut Wir werden im nächsten Part TIE Live in Action Hier rum hantieren Aber das alles erst im nächsten Part Also haut da rein Mit'n Reinsen mit'n Reinsen Mit'n dicken Grinsen Haut da Du bist noch kein Abonnent? Aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt auch mal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch Klick einfach auf Magisch Und schon seh ich was euch gefällt Und was zum Beispiel nicht Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen Zum Beispiel wie Du bist einfach nur geil Wenn du mich weiterhin unterstützen willst Kannst du auch das Video Was dir gefallen hat Einfach zu deinen Favoriten hinzufügen Damit deine Freunde wissen Das Video hat dir gefallen Danke Bros Wenn du mir noch weiterhelfen willst Kannst du zudem auf Teilen klicken Und auf das Facebook-Symbol klicken Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben Und kannst dann zum Beispiel Deinen Freunden mitteilen Einfach mal gucken Danke Bros